Herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit einer Studien- und Projektpräsentation zum Thema Wahrnehmung von künstlicher Intelligenz in den Medien mit Medienministerin Susanne Raab, Digitalisierungsstaatssekretärin Claudia Plackholm und Verena Krawarig, Mitglied des AI-Beirats der Bundesregierung und Leiterin der Stabstelle Innovationsmanagement hier bei der APA. Frau Ministerin, bitte. Schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, die künstliche Intelligenz ist neben dem Internet wahrscheinlich die größte technologische Revolution unserer Zeit und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Medienbranche insgesamt. Zum einen ist künstliche Intelligenz eine große Chance für die Medien, die natürlich nicht verpasst werden darf und sie bringt aber auch eine Vielzahl von Herausforderungen und auch Risiken mit sich. Ich spreche natürlich explizit von Fake News und Desinformation, die über künstliche Intelligenz auch einfacher und schneller verbreitet werden kann. Was tun wir jetzt dagegen? Zum einen die europäische Antwort und unser rechtsstaatliches Mittel gegen die Verbreitung von Desinformation, von Fake News und auch gegen den falschen Einsatz von künstlicher Intelligenz begegnen wir mit dem Digital Services Act, wo jetzt erstmals EU-weit Internetdienste und Suchmaschinen auch in die Pflicht genommen werden, gegen illegale Inhalte und Desinformation vorzugehen. Der ist ja seit Februar auch in Österreich in Kraft. Und zum Zweiten gibt es ein wesentliches europäisches Rechtsmittel, nämlich den AI Act, auf den sich alle EU-Mitgliedsstaaten verständigt haben, wo wir bereits vor Inkrafttreten des AI Act eine KI-Servicestelle eingerichtet haben mit einem expliziten Fachbereich Medien. Die Frau Staatssekretärin weiß natürlich am allerbesten, dass KI ein viel breiterer Bereich ist und unterschiedliche Lebensbereiche abdeckt, aber wir haben hier diese Zusammenarbeit gerade im Medienbereich, wo wir eben auch explizit in der KI-Servicestelle einen eigenen Medienbereich auch angeschlossen haben. Klar ist natürlich für uns, für die Medien, für mich auch als Medienministerin, dass die Medien eine ganz zentrale und tragende Rolle bei der Prüfung von Inhalten haben, die verbreitet werden und gleichzeitig die Medien aber auch die Chancen nützen, die durch künstliche Intelligenz sich ergeben. Qualitätsmedien, die wir in Österreich haben, sorgen für geprüfte und faktenbasierte Inhalte und dabei kann auch künstliche Intelligenz unterstützen, indem man eben schnell größere Datenmengen auch analysieren kann. Letztendlich muss natürlich die Letztentscheidung, was an Informationen verbreitet wird, was veröffentlicht wird, immer beim Journalisten und bei der Journalistin, bei den Medien, beim Menschen sozusagen selbst bleiben. Die künstliche Intelligenz ist vielfach in unserem Alltag angekommen und teilweise ist es aber so, dass es nicht nur der Roboter ist, an den wir oft denken, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, sondern es ist natürlich viel breiter und viel realitätsnah. Es geht um Algorithmen auf den Social Media Plattformen, es geht um Sprachassistenten, es geht um Textgeneratoren wie ChatGPT, es geht um Smart Cities, um Einsatz von Drohnen in der Landwirtschaft und so weiter. Eine Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts hat ergeben, dass in der Altersgruppe von 12 bis 28 Jahren bereits jeder Dritte auch mit ChatGPT arbeitet und so auch schon mit künstlicher Intelligenz unter anderem in Berührung gekommen ist. Wir wollen die Chancen von modernen Technologien, die die künstliche Intelligenz bietet nutzen und wir wollen natürlich auch, dass hier realitätsnahe auch über den Einsatz von künstlicher Intelligenz berichtet wird, um die Menschen auch auf diesem Weg der technischen Revolution mitzunehmen. Um die Menschen auf diesem Weg mitzunehmen, hat eben auch die mediale Bildsprache eine ganz zentrale Rolle, damit unsere Medien, besonders auch die kleinen Medienhäuser mit realitätsnahen Abbildungen von künstlicher Intelligenz auch hier diese zur Verfügung haben, wurde eben eine Bilderstrecke in Auftrag gegeben, diese zu erstellen, wo es eben auch darum geht, vielleicht gewisse Stereotype fallen in diese nicht hineinzutappen, wo man eben beispielsweise auch Frauen gleichermaßen abbildet wie Männer, wenn es um den Einsatz von künstlicher Intelligenz geht. Auch das war mir besonders wichtig, damit wir eben hier auch womöglich neue Berufsfelder für Frauen attraktiv machen im Bereich der technischen Entwicklung und technischen Revolution. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Medien, gerade wie gesagt kleine Medienhäuser, diese Bilder auch zur Verfügung gestellt bekommen, ohne Lizenzgebühren zur Verfügung gestellt bekommen. Deshalb bedanke ich mich auch bei der Zusammenarbeit mit dem Staatssekretariat für Digitalisierung, um eben hier für die Medienlandschaft, für die Zukunft auch die technologische Entwicklung der künstlichen Intelligenz mit begleiten zu können. Ich darf für die Vorstellung des konkreten Projekts an die Frau Staatssekretärin übergeben. Vielen Dank. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, geschätzte Medienvertreterinnen, liebe Medienvertreter. Wenn wir an künstliche Intelligenz denken, dann geht vermutlich einem jeden ein anderes Bild durch den Kopf. Die einen werden an die bereits angesprochenen Roboter mit menschlichen Zügen denken, die anderen haben im Kopf eher so ein Bild von einer Wolke aus Daten. Wiederum andere sehen es als Unterstützung für den Alltag und andere doch eher als Bedrohung. Und wie wir die Welt sehen und welches Bild wir von neuen Technologien haben, das hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wie es auch bebildet wird, wie es natürlich auch öffentlich bebildet wird und wie Medien dieses Thema präsentieren und welche Darstellungen sie hier sozusagen auch verwenden. Ich kann es gut verstehen, dass künstliche Intelligenz und neue Entwicklungen durchaus auch zuerst etwas negativ konnotiert sind, dass man es in Verbindung bringt mit eher auf den ersten Blick negativen Gedanken, weil es etwas Neues ist, weil es etwas Fremdes ist, weil es etwas ist, was einem noch nicht so in der Art und Weise vertraut ist, schon gar nicht im Alltag. Und dennoch bin ich davon überzeugt, dass wir diesen Technologien sehr offen gegenüberstehen müssen, weil wir unseren Wohlstand, unsere wirtschaftliche Stärke nur dann erhalten können, wenn wir auch diese Entwicklungen gut für uns nutzen können und wenn wir hier auch vorne mit dabei sind als Standort Österreich, als Standort Europa. Themen wie künstliche Intelligenz kann ein jeder positiv, negativ oder eben auch neutral sehen, je nachdem, was wir darüber hören, was wir sehen oder eben auch lesen. Und hier setzen wir als Bundesregierung an und haben daher die Austria Presse Agentur beauftragt, dass sie eine vergleichende Studie auch durchführt zu diesem Thema. Diese Studie soll sich anschauen, wie eben auch im internationalen Vergleich das Thema künstliche Intelligenz bebildert wird. Und erste Maßnahmen wurden hier auch bereits gesetzt im Rahmen dieses Projektes, wo eben dieses positive Bild auch von künstlicher Intelligenz auch darstellbar ist. Konkret wird in dieser Studie verglichen, wie in Österreich künstliche Intelligenz bebildet wird im Vergleich zu den beiden Wirtschaftsmächten USA und China. Wir schauen uns an, welchen Einfluss auch die Visualisierung auf die Berichterstattung und damit die Wahrnehmung hat. Frau Graberig wird dann die zentralen Kenntnisse dieser Studie eben auch präsentieren. Der erste Blick, den ich vielleicht schon ein bisschen verraten kann, zeigt, dass es große Unterschiede auch gibt unter den Ländern. Künstliche Intelligenz wird in China vorwiegend positiv als etwas Hilfreiches, eine hilfreiche Technologie dargestellt und insbesondere als Zukunftschance. In Europa wird die Technologie vor allem als Bedrohung für Arbeitsplätze verstanden und schon gar nicht als Unterstützung für den Alltag und deshalb wohl in Europa mit dem AI Act ein riesengroßer Schritt gelungen ist, wenn es um die Festlegung klarer Regeln im Umgang mit künstlicher Intelligenz auch geht. Und dazu im Vergleich die USA, wo es kaum Regulierungen gibt, dort wird die KI ebenso oft als Bedrohung dargestellt oder sogar als Vernichtung von Existenz durch Technik. Als Bundesregierung bekennen wir uns dazu, dass wir die Digitalisierung und den Einsatz moderner Technologien weiter positiv voranbringen wollen und für uns ist der Grundsatz, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, dass sich der Mensch dieser Technologien einfach auch zunutze machen soll und den digitalen Wandel proaktiv positiv gestaltet. Und um dieses Ziel zu erreichen, haben wir bereits viele Maßnahmen gesetzt. In Europa, wurde bereits angesprochen, haben wir den AI Act erst kürzlich verabschiedet, einen flexiblen Rechtsrahmen, den wir hier entwickelt haben. Wir gehen in Österreich mit einer eigenen KI-Servicestelle bei der RTR voran und wir haben zudem auch einen KI-Beirat ins Leben gerufen, der uns als Bundesregierung berät und auch die Umsetzung des AI Act hier mit begleitet und durch viele Chancen durch den Einsatz künstlicher Intelligenz auch unterstützt. Wir haben eine eigene KI-Strategie vorgestellt, die wir als moderner Staat natürlich auch Schritt für Schritt umsetzen und wir legen im Rahmen der digitalen Kompetenzoffensive, die bereits seit einigen Monaten läuft, einen besonderen Schwerpunkt auf das Thema KI-Literacy, wo wir alle Generationen eben auch versuchen zu erreichen und mit Fakten und Wissen einfach auch die breite Bevölkerung informieren wollen. Das ermöglicht Bürgerinnen und Bürgern einen kritischen, effektiven und vor allem einen sinnvollen Umgang mit KI-Technologien. Sie sehen also, wir setzen sehr, sehr viele Maßnahmen in diesem Bereich, um den Weg in die digitale Zukunft bestmöglich gemeinsam zu bestreiten und ihn auch zu unterstützen. Und wie bereits anfangs erwähnt, wie wir die Welt sehen, welche Eindrücke wir von neuen Entwicklungen und Technologien auch bekommen, ist abhängig, wie uns das Thema irgendwo auch dargestellt und präsentiert wird, welche Bilder zur Illustration verwendet werden. Und deswegen haben wir gemeinsam mit der APA Bild-Redaktion eine eigene Bild-Datenbank für alle Medien geschaffen. Das ist ein Angebot, das der österreichischen Version von einer digitalen Verantwortungsgesellschaft einfach auch Rechnung trägt und unsere europäische Haltung gegenüber künstlicher Intelligenz auch entspricht. Vielen Dank an das Team der Austria-Presseagentur für die Durchführung dieser Studie. Vielen Dank, Frau Graberig, dass Sie hier auch als Mitglied des KI-Beirates immer mit Rat und Tat auch zur Seite stehen und dass solche Projekte eben auch umgesetzt werden können. Dankeschön. Frau Graberig, bitte. Ja, Dankeschön. Mir obliegt es jetzt ein bisschen in die Studie einzuführen und ich glaube, wir haben heute schon einiges dazu gehört, wie künstliche Intelligenz unsere Wahrnehmung auch prägt. Das, was wir sehen, ist das, was wir oft fühlen. Das, was wir heute mit sehr schönen, oft sehr durch generative künstliche Intelligenz gepromptet sehen, ist das, was wir uns vorstellen oft. Es ist nicht die Realität, es ist eine Form der Wahrnehmung. Aus diesem Grund haben wir diese Studie in diesem Setup aufgesetzt. Der Untersuchungszeitraum der Studie selber lag schon im vergangenen Jahr. Wenn jetzt die neuen Bilder kommen, werden wir vielleicht noch mal eine Folge machen, wie sich das auch verändert hat. Damals war gerade so die Schnittstelle, dass sich begonnen hat, dieses oft sehr menschenzentrierte Bild, die die Technik beherrscht, ein wenig umzukehren und wir plötzlich Bilder gesehen haben, wo die Technik den Menschen bestimmt. Untersucht wurden Artikel, jeweils die 100 Stück aus USA, aus Europa und China und vielleicht für alle, die sich fragen, was war denn aus Europa dabei, aus Österreich natürlich repräsentative Medien wie Standard, Presse, aber auch ORF, FAT und so weiter, die NZZ zum Beispiel, das Spiegel. Also wirklich große Medienhäuser, die sich diesem Thema widmen und für den inhaltlichen Fokus ging es wirklich darum zu sagen, wenn KI vorkommt im Artikel, wie schaut die Bebilderung dazu aus. Auftraggeber, wie gesagt, war der Staatssekretär für Digitalisierung und aus dieser Studie heraus ist eigentlich das Erkenntnis entstanden, wenn wir mehr Realismus wollen, müssen wir wohl ran und selber Fotos produzieren. Ich habe Ihnen hier den Vergleich mitgebracht. Es ist sehr, sehr eindrücklich. In Europa ist mit 45 Prozent die Bedrohung im Vordergrund und 28 Prozent sehen es als Zukunftschance. 53 Prozent der Bilder, die gefunden worden sind, in den USA als Bedrohung zu sehen und ganz, ganz, ganz konträr dazu in China mit 82 Prozent als Zukunftschance. Die meisten Bilder, die hier gemacht werden, sind natürlich keine Fotos, die hier zu sehen sind, sondern vor allem schwerpunktmäßig Illustrationen. Das zieht sich eigentlich durch alle Samples hindurch und die Motive, das Top-Motiv, das sich auch durch alle hindurchzieht, ist eigentlich der Roboter. Ist der Roboter und zwar oft der vermenschlichte Roboter. Nicht der Industrieroboter, die wir auch alle kennen, sondern der anthropomorphe Roboter, der humanoide Roboter, der in allen möglichen Szenarien auftritt. Sie können sich Bilder vorstellen in den USA, in dem größten Bedrohungsszenario, die Terminator-like sind. Ich glaube, dieses Bild hat jeder von Ihnen im Kopf. In China, im anderen Extrem, ist es die kreative Muse, die künstlerisch kreativ Neues entstehen lässt. Also eine ganz andere Konnotierung. Der Top-Tätigkeitsbereich, der sich auch durch alles durchzieht, ist eigentlich überall auch die Arbeitswelt. Und für die Geschichte, wenn man vielleicht noch ein bisschen hinein betrachtet ist, wir haben uns sehr stark auch Farbgebungen angeschaut. Es wird sehr oft mit sehr kalten und sehr intensiven Farben auch gearbeitet. Die Themen, die vorkommen, sind in Europa Arbeit, Recht, Ethik und Gesellschaft. In den USA ist das eher mehr Meinungsartikel zum Beispiel, aber auch dann Technik vor Recht und Gesellschaft an erster Stelle. Also da sehen wir auch in den Themen ein bisschen unterschiedliche Geschichten. Was uns aufgefallen ist, ist, dass es sehr oft keine Bildtexte gibt. Und lassen Sie mich ein Wort sagen, dort, wo keine Bildtexte sind, sind oft auch schwierig mit Credits oder überhaupt mit einer Kennzeichnung. Vielleicht kommen wir auf das dann auch nachher noch zurück. Also klare Unterschiede, Arbeitsplatzverlust und Bedrohung in Europa, die systopischen Szenarien, die KI als konstruktives und produktives Werkzeug in China und von den Motiven die Roboter noch einmal. Was war dann sozusagen die Schlussfolgerung? Wenn wir es brauchen, müssen wir die Bilder shooten, möchten wir eher in den illustrativen Bereich gehen, möchten wir eher in einen vielleicht sogar in einen generierten Bereich gehen. Die Entscheidung ist dann gefallen auf, nein, es soll das echte Leben gezeigt werden. Und zu diesen Themen, die Sie hier sehen, ist KI im Alter, KI in der Landwirtschaft, Smart City, Wien. Dann ein Bereich sozusagen KI kann uns erleuchten, wurde das genannt. Und die Gas-Elektroniker sind bereits fertig. Die letzte Bildstrecke wird im Sommer fertiggestellt. Das ist KI in der Medizin. Und was diese Bilder zeigen, ist sehr bunt und sehr vielfältig, ist aber auch tatsächlich das, wie es halt einfach funktioniert. Das ist die KI, mit der die Menschen heute konfrontiert sind, mit der sie arbeiten, mit der sie leben, in der sie wirken. Das ist nicht sehr viel Fantasy, das ist das reale Leben. Wir laden Sie natürlich ein, diese Bildstrecken dann auf Upper Picture Desk sich anzuschauen. Hier finden Sie die weiterführenden Informationen in dieser Galerie. Hier gibt es alle Fotos. Es sind über 300, die bis jetzt geshootet wurden, zu diesen verschiedenen Themengebieten und stehen den Medien auch als Gratisbilder zur Verfügung. Vielleicht eine Sache noch, die wichtig ist. Sie sehen hier Bilder, an die man sonst nicht so schnell rankommt. Es sind Bilder, wo auch in den Schaltzentralen der Macht die Türen und Tore geöffnet worden sind. Also es ist auch ein sehr exklusives Bildmaterial, das hier zur Verfügung steht. Dankeschön. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Bitte. Frau Ministerin, ich würde jetzt stehen, wir haben die idealen Bildsprache betonen und die Wirkungsweise der Bilder auch betonen. Ich fahre es mal spontan ein, dass das eigentlich nichts Neues ist. Im Marketing ist die Bildsprache ganz betonen. Genau. Also wir glauben auch, dass die Bildsprache ganz zentral ist dafür, wie die Menschen das Thema der künstlichen Intelligenz wahrnehmen. Und wir wollen einfach, dass es ein realitätsnahes Bild ist. Wir wollen, dass der Einsatz der künstlichen Intelligenz, wie er derzeit in Österreich stattfindet, realitätsnah abgebildet wird. Wir wollen, dass natürlich auf der einen Seite die Chancen auch unterstrichen werden, die diese neue technologische Entwicklung, ja technologische Revolution mit sich bringt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch klar, dass es Herausforderungen und Risiken gibt, die man nicht beiseite schieben kann. Dafür haben wir gute Rechtsinstrumente und einen guten Rechtsrahmen geschaffen. Und wir haben, wie gesagt, Expertinnen und Experten, gerade in der KI-Servicestelle, die den Weg der Implementierung der technischen Entwicklung, auch der künstlichen Intelligenz in Österreich, sowohl rechtlich als auch praktisch in unterschiedlichen Lebensbereichen beraten. Ich überlege gerade, ehrlich gesagt, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, warum es diese 300 Bilder braucht, für wen die jetzt sind und was das bewirken soll im Endeffekt. Und ich habe unterm KI-Beirat auch ein bisschen verstanden, dass der sich mit den Gefahren von KI beschäftigt und vielleicht Lösungen aufzeigt. Jetzt vor kurzem wurden da wieder in den USA-Fabriken aufgedeckt, die, ich weiß nicht wie viel Fake-Profile in sozialen Medien kreieren, wo über KI in Sekundenschnelle Wahlbeeinflussung oder Politik beeinflussende Inhalte gepostet werden können. Beschäftigt man sich mit diesen Themen auch? Vielen Dank für die Frage. Was wollen wir damit bezwecken? Natürlich, dass künstliche Intelligenz im Gespräch ist. Dafür hat, glaube ich, die Entwicklung von JetGBT in den letzten Monaten sehr deutlich gesorgt. Ich denke, der ein oder andere wird schon selbst davon Nutzen gemacht haben und sich das Ding einmal angeschaut haben, die Technologie, aber weiß noch nicht so recht, wie er damit umgehen kann. Und deswegen setzen wir als Bundesregierung viele, viele unterschiedliche Maßnahmen. Eine davon habe ich bereits auch angesprochen, die digitale Kompetenzoffensive, um einfach Menschen auch einen mündigen, einen kritischen und verantwortungsvollen Umgang mit künstlicher Intelligenz überhaupt erst zu ermöglichen, allen Generationen zu ermöglichen. Und natürlich hängt das eigene Bild von künstlicher Intelligenz, ob es ein positives Erlebnis ist, ob es etwas Negatives ist, das ich als reine Bedrohung meiner eigenen Existenz beispielsweise auch sehe in den Extremfällen, damit zusammen, wie künstliche Intelligenz auch dargestellt wird. Und am Ende des Tages ist es, auch dazu gibt es viele Studien, eine davon habe ich vor wenigen Tagen erst präsentieren dürfen bei Accenture, natürlich ist es am Ende des Tages eine riesengroße Chance für uns als Standort, wenn wir auf künstliche Intelligenz setzen, wenn unsere Unternehmerinnen und Unternehmer auf künstliche Intelligenz setzen, wenn wir auch im Bereich der Bildung, in der Berufsausbildung hier mehr Fokus darauf legen, dass wir IT-Fachkräfte auch in der Zukunft haben. Und da ist einer der Grundsteine eben auch die Haltung der Gesellschaft dem gegenüber. Und da wollen wir in Europa, in Österreich definitiv nicht Schlusslicht sein. Wir wollen unsere Vorreiterposition hier ausbauen und deswegen ein Angebot auch schaffen, deswegen haben wir die Austria Presse Agentur eben auch damit beauftragt, das einmal im internationalen Vergleich darzustellen und ein Angebot an unterstützenden Bildmaterialien den österreichischen Medienhäusern auch zur Verfügung zu stellen im Rahmen des Upper Picture Desks. Es werden unglaublich viele Arbeitsplätze durch künstliche Intelligenz entstehen. Unterm Strich ist der Saldo positiv an Arbeitsplätzen, die geschaffen werden. Und auch, wir sehen einen enormen Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel, einen demografischen Wandel, der natürlich auch im Bereich der Gesundheit, der Pflege, der Medizin viele Änderungen erfordern. Und genau aus dem Grund ist es ja so wichtig, dass wir auch künstliche Intelligenz für uns nutzbar machen, wo auch immer, und das betone ich gerne ein weiteres Mal der Mensch im Mittelpunkt auch stehen muss. Frau Ministerin, bitte. Ich habe noch zu Ihrer Frage betreffend Desinformation und Fake News. Ja, selbstverständlich. Also gibt es umfassende Maßnahmen im Kampf gegen Desinformation und Fake News. Heute, was wir heute hier präsentieren, ist sozusagen ein Angebot durch die Austrian Presse Agentur für Qualitätsmedien in Österreich und für Medienhäuser in Österreich. Auf der anderen Seite steht natürlich die Nutzung von künstlicher Intelligenz, Sie haben Wahlbeobachtung angesprochen, Desinformation und Fake News im Bereich der sozialen Netzwerke. Also das möchte ich auf jeden Fall mal voneinander trennen. Und ja, es gibt umfassende Maßnahmen, sowohl logistisch, also rechtlich, als auch operativ im Kampf gegen Fake News. Unter anderem beispielsweise den Digital Services Act habe ich genannt, der ja genau darauf abzielt, dass Plattformen erstmalig in die Verantwortung genommen werden, wenn hier Fake News und Desinformation verbreitet wird, um eben hier auch rasch zu einer Löschung zu gelangen. Wie das aktuell operativ umgesetzt wird, da gibt es ja sicher bekanntlichermaßen Arbeitsgruppen. Das Innenministerium hat hier die Federführung auch im Kampf gegen Desinformation und Fake News beobachtet hier natürlich immer auch den Einfluss auf Wahlen und in diesem Bereich auch, weil ja auch die Kompetenz der Wahlen im Innenministerium angesiedelt ist. Also ihr braucht selbstverständlich im Bereich der Verbreitung auf Kanälen der sozialen Netzwerke auch höchstes Augenmerk und auch den Kampf gegen diese Desinformation. Wir halten das für eine große Gefahr. Was aber die sozusagen klassischen Medien und Qualitätsmedien in Österreich betrifft, da wollen wir natürlich auch die technologische Entwicklung und die Darstellung dieser unterstützen. Gibt es weitere Fragen? Bitte einmal da. Sonst noch? Noch eine Zusatzfrage, aber die haben Sie eigentlich schon beantwortet. Gibt es strafrechtliche Konsequenzen für den Missbrauch der künstlichen Intelligenz in Vorbereitung oder gibt es schon ganz konkrete Pläne, was man dagegen tun kann? Wenn ich hier vielleicht darauf eingehen darf, wir haben ja vor wenigen Wochen erst beim Rat für Telekommunikation den AI-Act final verabschiedet. Der AI-Act ist ein unglaubliches, ja, ein unglaubliches Riesenprojekt gewesen. Die letzten zwei bis drei Jahre hat sich die Europäische Union sehr intensiv damit befasst und das wird auch nicht aufhören, weil natürlich gerade das Feld der neuen Technologien der künstlichen Intelligenz ein unglaublich dynamisches ist. Der AI-Act sieht vor, dass die Anwendung von künstlichen Intelligenzen in vier Kategorien eingeteilt wird und wir auch klar definieren nach unseren europäischen, nach unseren demokratischen Werten, welche Formen von künstlicher Intelligenz wir erlauben und welche nicht. Also wir wollen nicht so wie in China, dass künstliche Intelligenz auch eingesetzt werden kann, um Verhaltensweisen der Bevölkerung beispielsweise aufzuzeichnen und zu beobachten, sondern wir wollen uns das Ding zunutze machen und den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und deswegen ist es ein wichtiges Regelwerk, das wir damit geschaffen haben, aber gleichzeitig auch wir damit unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, unsere Gründerinnen und Gründer auch ermutigen wollen, künstliche Intelligenz auch mutig einzusetzen, auch nutzbar zu machen. Und der AI-Act, der auf europäischer Ebene beschlossen wurde, steht in diesen Monaten auch zur Umsetzung in Österreich an. Wir haben dafür als Unterstützung eben auch den KI-Beirat. Wir haben diese KI-Servicestelle bereits mit 1. Jänner eingerichtet und die dient dann auch in weiterer Entwicklung eben als KI-Behörde und soll eben dann hier auch unterstützend zur Seite stehen, wenn es um die Umsetzung des AI-Acts eben geht. Dann die letzte Frage noch. Vielleicht lassen Sie mich ganz kurz die Frage zum KI-Beirat noch beantworten, weil ich glaube, das bleibt sonst ein bisschen im Raum stehen. Der KI-Beirat ist tatsächlich ein wissenschaftliches Beratungsorgan. Also es sind vor allem Menschen aus Rektoren drinnen, es sind aber auch Leute aus der Technikfolgenabschätzung drinnen, aus dem universitären Umfeld und ein paar Praktiker, die aus der rechtlichen Perspektive und eben halt ich aus der medialen Perspektive ein bisschen beraten. Und das, was wichtig ist, ist, wir schauen uns es sowohl als Chance, aber auch vor den Risiken an. Es ist eine sehr unaufgeregte Betrachtung der Themen, aber eine sehr ernsthafte und eine sehr wichtige, die wir da vornehmen. Und Umsetzungsmaßnahmen, die sozusagen aus den Ressorts kommen, zur KI-Strategien werden durch diesen Beirat begutachtet und sich angeschaut. Das ist die Aufgabe dieses Beirates. Herr Woll, bitte. Meine Frage geht eher an dich, Verena. 300 Bilder sind von DAPA produziert worden zu einem Thema Künstliche Intelligenz. Habe ich das richtig verstanden? Und sind das aber quasi herkömmlich entstandene Bilder, wo man bewusst gesagt hat, bei der Entstehung von Bildern für die Systeme greifen eben nicht auf Künstliche Intelligenz zurück. Ist das so? Das ist richtig, ja. Es sind wirklich Menschen in den Produktionsprozess involviert, vor der Kamera, hinter der Kamera und so weiter. Ich hole jetzt nicht aus, dass es sich vielleicht auch nicht mit der Leitlinie der Austria-Presseagentur zum Thema Künstliche Intelligenz vertragen würde, wenn wir jetzt hier ganz massiv in die Generierung von Bildern hineingehen. Aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Herr Woll, vielen Dank. Wir schließen die Pressekonferenz und wünschen einen schönen Tag. Danke. Danke schön. Danke schön. Vielen Dank.